Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Eins vorweg, ich mache hier keine Anlage- und Finanzberatung, ich habe auch keine Glaskugel vor mir stehen und über all das, was ich hier rede, soll natürlich keine Kaufempfehlung darstellen. Und bevor ich grundsätzlich auf AMC eingehe, gibt es natürlich Neuigkeiten über unsere Werbeaktion mit dem LKW. Und ich hatte einige Grafiken zugeschickt bekommen und muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Dame gefunden, die mich angeschrieben hat, die wirklich sehr gute Arbeit geleistet hat und da möchte ich euch jetzt einmal entsprechend diesen Banner vorstellen. Und zwar wäre das einmal dieser hier und sie hat das ganz cool gemacht, sie hat das auch einmal direkt auf so ein Auto projiziert. Und ich muss sagen, finde ich ziemlich cool, denn es ist einfach extrem auffällig. Und ja, die einzige Sache, die ich vielleicht noch als Idee hätte, das überlege ich mir aber noch, ist so, hier sind ja Sterne und dass man in diesen Sternen vielleicht irgendwie ganz kleine AMC-Logos reinmachen würde. Und das wäre die eine Seite von dem Auto und das wäre die andere Seite von dem Auto. Hier muss ich aber dazu sagen, dieses Buy and Hold geht weg, denn ich möchte keine Schwierigkeiten bekommen, sondern einfach wie hier, Germany is holding. Hier hat sie genauso so eine Grafik, auch so ein Auto projiziert. Und wie gesagt, ich finde es ziemlich cool, einmal für links und einmal für rechts und dann so etwas, da hatten wir noch nicht drüber gesprochen, auf der hinteren Fläche. Und ich hatte ja gesagt, ich habe mir Angebote eingeholt von so einem Bus, da bin ich jetzt abgewandert, sage ich mal einfach, weil es doch einen Ticken teuer war. Aber es gab einen netten Herrn, der sich oder der sein LKW zur Verfügung stellt und dementsprechend können wir das hier auf jeden Fall umsetzen. Wie gesagt, es ist alles eigentlich schon fertig. Der Zeitpunkt soll, und das muss ich ja erstmal unter Anführungsstrichen sagen, übernächste Woche Samstag stattfinden. Das wäre der 19. September, äh, der 19. Juni. Und dort wird er einige Zeit an der Frankfurter Börse rumfahren, in dem Börsenviertel Fotos machen, Videos machen und so weiter. Und ich selber werde höchstwahrscheinlich auch vor Ort sein. Also ich werde mir diese Spektakel natürlich nicht entgehen lassen, bin selber, ja, schon leicht aufgeregt. Und an der einzigen Sache, wo das jetzt nächsten Samstag scheitern könnte, wäre die Produktion des Banners. Also da sind, ähm, ja, der LKW-Fahrer und ich auf jeden Fall bei. Ähm, es gibt da auch Express-Produktionen und so weiter, aber da arbeiten wir gerade parallel. Also beide holen sich ein Angebot ein. Und das wäre jetzt noch die einzige Möglichkeit, wo das vielleicht um eine Woche noch verschoben wird. Aber, ähm, ich denke mal, das ist eine ziemlich coole Sache. Also wer hier in Frankfurt-Umgebung wohnt, ähm, ja, ich denke mal auf einen Kaffee oder so, da zusammen alle sitzen irgendwo, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Das so einmal. Wer noch hier spenden möchte darüber, unten in der Videobeschreibung ist der Paper-Link dazu. Aber kommen wir jetzt einmal zu, ja, zu dem Kurs sehr, sehr schlechte Stimmung aktuell. Ähm, eigentlich fing es heute Morgen sehr gut an. Ähm, dann gab es wieder einen kleinen Dip, aber dann hat es sich eigentlich in der Seitwärtsbewegung befunden. Dann auch wieder über 41 Euro drüber, aber es dann wirklich massiv, ähm, ja, nach unten gegangen auf 33 Euro. Und seitdem, ja, dümpelt es irgendwo bei 35, 36 Euro rum. Und es entsteht natürlich jetzt wieder Panik. Was heißt Panik? Es gibt sehr schlechte Laune. Ähm, es wird schon wieder über das Verkaufen gesprochen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Denn, meine lieben Affen, ich muss ganz ehrlich sagen, seit Januar, ähm, warten oder kämpfen die meisten. Ich möchte nur mal zurückerinnern, erinnern, als wir die 8 Dollar durchbrochen haben, die 8 Dollar und 1 Cent, als das dort geschlossen war, was da wirklich im Internet los war, in den ganzen Foren und, und, und. Und da sollte man sich vielleicht ein bisschen zurück, äh, versetzen. Was haben wir alle schon erreicht? Und klar, die Hedgefonds geben nicht auf. Also ihr wisst es ja, ich sage es in jedem Video, aber sie geben natürlich nicht kampflos auf. Und jeder, der, wie gesagt, damit gerechnet hat, dass der Kurs immer nur steigt und weiter steigt, der ist hier leider fehl am Platz. Es gibt sehr volatile Tage oder Wochen sogar. Und damit muss man nervlich einfach zurechtkommen. Und ich finde es eigentlich sehr gut, dass mittlerweile einige, äh, mir geschrieben haben, die, die gesagt haben, vor zwei Wochen habe ich noch jede 10 Minuten ins Depot geguckt. Jetzt, äh, gucke ich nur noch jede Stunde oder einmal am Tag oder, oder, oder. Genau das ist das Richtige. Also einfach sich nicht in Panik versetzen lassen, auch wenn der Kurs jetzt einfach mal schlecht aussieht. Und das ist aber überhaupt kein Problem. Also bei mir, ich habe jetzt auch paar Euro, äh, 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 ja, nicht Minus gemacht. Ich bin allgemein noch im guten Plus. Aber, wenn natürlich man hier sieht, 20.000, 30.000 Euro auf einmal an einem Tag verliert man, ähm, oder hat man weniger im Depot, sieht natürlich erstmal nicht so gut aus. Aber, bei jedem Short Squeeze, sag ich mal, der in dem Leben passiert ist, gibt es vor einem Short Squeeze erstmal eine Korrektur beziehungsweise einen größeren Dip. Und das heißt jetzt nicht, dass es hier so ist. Also morgen kann das schon wieder ganz anders aussehen. Ähm, es gibt morgen, ja, wieder ein wichtiger Tag. Und hier muss man einfach abwarten und auf gar keinen Fall in Panik geraten. Und es gab ja einige, die haben gesagt, ich habe hier das letzte Hemd, äh, reingebuttert. Also da muss ich sagen, würde ich eh nicht machen. Hier, äh, Geld, was, was ich vielleicht nicht, äh, verlieren kann. Aus wirtschaftlichen Gründen, dass man das hier investiert. Aber ich kann immer wieder nur sagen, Leute, lasst uns zusammenhalten. Lasst uns wirklich hier, ähm, ja, weiterhin halten. Und aktuell, der Dollarkurs liegt bei 43,61 Dollar. Ein Minus von 11,61 Prozent. Das Handelsvolumen war heute auch wieder so lala. Ähm, ja, die Shares sind auch wieder gestiegen. Der Zinssatz, ja, bei 2,9 Prozent. Ähm, sie versuchen halt wirklich alles Erdenkliche Mögliche zu tun, um hier irgendwie, ähm, ja, durchzukommen. Und, ja, sei natürlich, ähm, ja, ist natürlich, äh, an deren ihrer Stelle natürlich klar, dass sie es versuchen. Aber wir kämpfen und aktuell, und wenn man sich vorstellt, wie viel, ähm, sie dagegen kämpfen, dass der Kurs steigt, muss ich sagen, bei einem Kurs von, ja, minus 7 Prozent heute aktuell, halten wir uns eigentlich sogar noch wacker. Und das soll natürlich hier mal wieder eine Motivation sein. Das ist diese Seite, die ungefähr sagt, welcher Preis sollte aktuell, ähm, ja, vorhanden sein. Und 2.000 Dollar, Leute, was will man mehr? Und ich hatte ja gestern im Video schon gesagt, wir warten 40, 50 Jahre auf die Rente. Ob man jetzt hier drei Monate länger wartet, ja, mein Gott, dann ist das halt einfach so. Und auch bei AMC-Stock, bei Reddit, die Stimmung absolut positiv, also ganz anders als hier in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sieht's wirklich noch sehr, sehr gut aus. Und, ja, Melissa Lee, äh, hat heute getwittert, äh, sehr, sehr schön, äh, muss ich sagen. Ähm, es gibt ja, es gibt ja wieder hier, SEC will, äh, ein Auge drauf werfen und, und, und. Und, ähm, ja, die Frage ist nur, wo werfen sie das Auge drauf? Äh, auf jeden Fall nicht bei AMC oder GameStop. Und, ja, hier Finanztrends, ich bin ja nicht so der Fan von dieser Seite, aber, ähm, es gab hier einen CNBC-Moderator, Jim Cramer, sagte, dass Aktien von AMC und GameStop in Kaufreichweite sind. Ähm, und da muss ich sagen, hört sich ja erstmal nicht so schlecht an. Ich bin nicht dagegen, GameStop und AMC auf diesem Niveau zu kaufen. GameStop ist derzeit unter dem Niveau, wo ich ihnen im Januar gesagt habe, dass sie die Kasse klingeln lassen sollten. Ähm, die Fernsehpersönlichkeit fügte dazu, dass die beiden Unternehmen die Fähigkeit haben, sich neu zu erfinden. Blablabla, ähm, ja. Ist auf jeden Fall erstmal gar nicht so ein schlechter Artikel, aber es gibt hier tatsächlich auch einen, ähm, ja, der macht erstmal wieder Panik. GameStop AMC endet der Meme-Hype durch die SEC-Untersuchungen. Hier geht's darum, dass die SEC-Untersuchungen in Verbindung mit Robin Hood, dem Broker, ja, durchsuchen möchte. Und, ja, sehr interessant und, ähm, in Transparenz lohnt sich für Dickfisch der Wall Street. Die Meute wie Wall Street-Bets ist dabei lediglich ihr Manövriermasse, mit der es sich leicht Geld verdienen lässt. Blablabla. Der Aktienkurs von GameStop und AMC aber dürften, da fundamental eher wertlos ist, das besonders Laim. Bislang war die SEC untätig, weil die Summen, um die es ging, nicht sehr hoch schienen. Also da muss ich, ähm, sagen, äh, äh, ja, ich weiß nicht, auf welchem Planeten die leben. Aber, ich denke mal, die ganzen negativen Pressemedien, das haben wir die letzten Tage jetzt hier auf jeden Fall schon mitbekommen, ähm, einfach nur lächerlich. Ich werde weiter halten, ich werde, ähm, mir überhaupt gar keine Panik machen. Unter 1.000 Euro werde ich nicht verkaufen. Da bin ich fest von überzeugt und ich hoffe, der eine oder andere von euch, ähm, ja, wird auch etwas entspannter. Lehnt sich einfach mal zurück und wartet ab, was hier jetzt die nächsten Tage so passiert. Guckt natürlich meine Videos und, ja, auf gar keinen Fall irgendwie in Panik geraten, weil der Kurs eben jetzt mal ein bisschen abrutscht. Ich danke euch wieder fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich danke euch für's.